Das Hellerwerk in Recklinghausen, Deutschland. Leitwerk für Lichtelektronik, S&D-Technologien, induktive Sensorik, Fahrpedalsensoren, Drehwinkelsensoren und Bakuumpumpen. Bestückte Leiterplatten bilden die Basis für die Weiterverarbeitung im Werk. Höchste Präzision und ständige Prozesskontrolle durch Inline- und Incircuit-Tests sind Schlüssel zu Top-Qualität. Produktspezifische Trennvorgänge ermöglichen variable Formen und individuelle Einsetzbarkeit der Leiterplatten, vor Ort und bei unseren Kunden. Die sichere Beherrschung unterschiedlicher Produktionsprozesse ist das Ergebnis erfolgreicher Zusammenarbeit von erfahrenen Ingenieuren und Technikern. LED-Konzepte von morgen werden schon heute in Tagfahr-, Fern-, Abblend- und Kurvenlicht sowie in Fahrtrichtungsanzeigern eingesetzt. Innovative Lasertechnologie verlötet den LED-Chip mit dem Kontaktelement. Und auch hier gilt, nur vollständig geprüfte Teile verlassen das Werk oder werden direkt vor Ort weiterverarbeitet. LEDs im Scheinwerfer werden über LED-Steuergeräte geschaltet. Standardisierte modulare Heller-Produktionszellen garantieren hohe Stückzahlen bei gleichzeitig großer Variantenvielfalt auf einer Produktionslinie. Neben Lichtelektronik ist Heller in Recklinghausen auf die Fertigung von Sensoren spezialisiert. Die Fertigung der Fahrpedalsensoren erfolgt vollautomatisch. Inhouse-Prüftechnik ist ein heller Kern-Know-how-Prozess. Der Effekt? Ausschließlich erstklassige Produkte für unsere Kunden. Im globalen Heller-Netzwerk sind die Elektronikprodukte weltweit verfügbar. In Top-Qualität.